Ich halte tatsächlich die momentane Stimmung, die in diesem Land, in Deutschland herrscht, aber auch in anderen Ländern, diese rassistisch aufgeladene Stimmung, die von sehr vielen völkisch-nationalistischen Parteien ja im wirklich immer enger werdenden Takt rausposaunt, rausgehauen wird, diese rassistische Stimmung, die ist dafür verantwortlich, dass Leute, die in vielen Fällen eben einfach auch Zugriff auf Waffen haben, ob das jetzt uniformierte Beamte sind, die sowieso Waffenträger sind, ob das Soldaten bei der Bundeswehr sind, ob das Sportschützen sind, ob das Jägerinnen und Jäger sind, das sind Leute, die Zugriff haben, die zunächst auch wohl anständig rüberkommen, mein Gott, was ist schon dabei, wenn man bei einem Schützenverein dabei ist zum Beispiel oder wenn man einen Jagdschein hat und aber die Stimmung herrscht vor, es gibt eine unmittelbare Bedrohung dieser, also so fühlen diese Leute, die sind davon überzeugt, ich lese gerade das Manifest von dem Hanauer Täter, das ist ans Paranoide grenzendes Bedrohungsgefühl von in Anführungszeichen Fremden, Fremdenkulturen, vom Islam, von Einwanderern allgemein, Migrantinnen und Migranten und diese Bedrohung wird im Internet, wird in den sozialen Medien vielfach wiederholt, das ist wirklich in dieser Hinsicht die klassische Echokammer, von der wir in letzter Zeit uns zu sprechen angewöhnt haben und es entsteht diese Situation, dass Leute das Gefühl haben, so und jetzt muss ich handeln. Alle sagen es, alle sehen, dass die weiße Welt überflutet wird von fremden Leuten, die uns an den Kragen wollen, die den Volkstod herbeiführen, den Bevölkerungsaustausch darstellen und dass man sich dessen erwehren muss, dass man zur Waffe greifen muss und dass man berechtigt ist, Menschen, die man als Fremde markiert, eben auch zu töten und genau das hat der Täter von Hanau gemacht und ich sehe ihn in einer Linie mit sowohl dem Täter von Halle, der versucht hat in der Synagoge, das wisst ihr, in der Synagoge einen Massaker anzurichten und zwei zufällige Opfer umgebracht hat, das ist aber auf derselben Linie auch bei so, ja eben, wie gesagt, wohlanständigen Leuten wie dieser Prepper-Gruppe Nordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern und auch in anderen Landesteilen in Deutschland Leute, die eben aus sehr bürgerlichen, auch völlig ungefährdeten Berufen heraus das Gefühl haben, sie müssten sich zumindest auf diesen Tag X, auf den Tag des Zusammenbruchs, auf den Tag des Beginns des Bürgerkriegs und sowas vorbereiten, die Waffenlager anlegen, Munition horten, Safe-Houses organisieren und nur weil jetzt der Hanauer Täter ziemlich viel sehr paranoide Verschwörungswahnvorstellungen hat, ist die Grundlage, also die Grundstimmung, in der das möglich wird, ja doch die gleiche und die Argumentation, die sich ganz häufig gegen muslimische Menschen richtet, die sich gegen Frauen richtet, also es sind hier in dem Manifest fünf Seiten zu dem Verhältnis des Täters, Thema Frauen, fünf Seiten in dem Manifest, wo auch die gekränkte Männlichkeit eine Rolle spielt, also du findest diese ganzen Merkmale in den ganzen Tätergruppen wieder. Also ich meine, es gibt ja auch diese schon wieder fast vergessenen Vorfälle, Wächtersbach, wo ein eritreischer Asylsuchender niedergeschossen worden ist, viele weitere Angriffe auf Menschen, die als nicht hierhergehörig markiert sind und als Ziel ausgesucht werden, auch wenn nicht immer jemand ums Leben kommt, aber auch Walter Lübcke, der Regierungspräsident in Kassel, ist Ziel geworden, weil er sich für Einwandererinnen, Einwanderer, Geflüchtete eingesetzt hat, also auch Leute, die die Gesellschaft der vielen, die die multikulturelle Gesellschaft oder wie immer man das nennen will propagieren, gehören in den Fokus dieser mörderischen Leute, die im Grunde genommen nur den richtigen Zeitpunkt, also aus ihrer Perspektive den richtigen Zeitpunkt abwarten und dann eben losschlagen. Und welche Folgen das haben kann, das haben wir vergangene Nacht in Hanau gesehen mit Entsetzen. Das eine, was du auch schon benannt hast, ist eine Stimmung, die man unter anderem, aber nicht nur in sozialen Medien findet, also eine Aufheizung, eine permanente Hetze, rassistische Hetze. Und das andere ist, was du jetzt stark machst, ist, dass es jede Menge schwerbewaffnete, fast durchgehend Männer sind es, Männer gibt, die bereit sind loszuschlagen. Eine dritte Sache, die jetzt an dieser Stelle bestenfalls zumindest diskutiert wird, ist die Frage, ob denn hierzulande gegen so eine Form von nationalistischen, rechtsradikalen Terror, kann man es nennen, überhaupt unternommen wird. Wie würdest du aktuell auf diese Frage antworten? Also man hat ja den Eindruck gewonnen, jetzt, sagen wir mal, in den zurückliegenden anderthalb Jahren, also vielleicht als KIP-Datum der 1. September 2018, also die Großdemonstration von AfD und allen anderen in Chemnitz, wir erinnern uns, damals sind also wirklich das erste Mal Manifest auf der Straße zusammengekommen, der rechte Flügel der AfD, damals war Höcke dabei, Kalbitz war dabei, Urban war dabei und so weiter. Und auf der Straße die Rechtsintellektuellen, Götz Kubitschek, Martin Sellner, von den Identitären bis hin zu wirklich gewaltbereiten Fußball-Nazi-Hools, könnte man sagen, bis hin ja auch damals auf der Straße in Chemnitz, Stefan Ernst, der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke und sein Komplize Markus Hartmann, also das ist so der Zeitpunkt, wo es, glaube ich, dann doch auch ein paar Leuten im sogenannten Sicherheitsapparat mulmig geworden ist und seither sind so einzelne Stränge aufgemacht worden. Das ist immer dann bedeutsam, wenn die Bundesanwaltschaft tatsächlich tätig wird, das heißt also Ermittlungen an sich zieht unter dem Rubrum entweder 129a, Bildung einer terroristischen Vereinigung oder Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Das sind die Stichworte, nach denen dann die Bundesanwaltschaft Sachen an sich zieht und eben Gruppen festnimmt, wie ja diese Woche, ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, die Taktung wird immer kürzer, die Ereignisse überschlagen sich. Diese Woche sind ja zwölf Männer in Haft genommen worden, die auf genau dasselbe zugearbeitet haben, auf den Tag, wo sie losschlagen wollten, wo sie in Moscheen reingehen wollten und Massaker anrichten wollten und mit dem, was damit ausgelöst wird, eben den Bürgerkrieg in diesem Land, um mit Waffengewalt ihre Vorstellungen von Zusammenleben durchzusetzen. Das hat es gegeben, aber kurz nach Chemnitz ja auch schon Revolution Chemnitz, das heißt also diese Gruppe, die in Chats sich verabredet hat, schwere rassistische Straftaten zu begehen, die stehen im Moment vor dem Oberlandesgericht in Dresden vor Gericht und viele andere sind in den Fokus geraten oder sind auch festgenommen worden nach getanem Verbrechen, wie die Menschen, die in den Mord an Walter Lübcke einbezogen waren oder auch in Halle der Täter und so weiter. Also es werden, man hat das Gefühl, es wird zumindest schaufenstermäßig jetzt schon gesagt, wir gucken dahin, da gibt es irgendjemand, hat auch von Zero Tolerance gegenüber Rechtsextremisten gesprochen, das würde ich jetzt mal so nochmal in Frage stellen. Interessant finde ich, dass dadurch so eine Art Handlungsmacht des Staates zwar dargestellt wird, aber im Fortgang dieser Festnahmen und Verhaftungen die justizielle Aufarbeitung oft dazu führt, dass das Geschehen tatsächlich auch wieder verharmlost runterdividiert wird, dass die Verfahren auseinandergenommen werden und so einzelne Stränge dann gar nicht mehr so dramatisch ausschauen. Also das beste Beispiel dafür ist Marco G., das ist dieser SEK-Beamte, Polizeibeamte aus Mecklenburg-Vorpommern, der ja Kopf- und Chat-Administrator von Nordkreuz war, also von dieser Gruppe, auf der rassistische und den NS-verharmlosende Posts rumgegangen sind, die er zum Teil selber gepostet hat. Und dieser Typ, der ist einfach dort nicht etwa als einer der Köpfe von Nordkreuz verhandelt worden, sondern als ein Polizist, der eben einfach nur eine Prepper-Gruppe. Und vor Gericht in Schwerin, ich bin dort gewesen, hatte man den Eindruck, dass vorausgesetzt wird, ja Prepper, das ist doch irgendwie nachvollziehbar, Klimawandel, Katastrophen, Systemschwäche, Failed States überall, sowas kann passieren. Und wenn man sich darauf vorbereitet, also Vorräte anlegt, Benzin hortet, Safe Houses organisiert und solche Geschichten und natürlich Waffen, die Nordkreuz hatte Waffen in großer Menge und auch Munition. Trotzdem ist hier nicht ganz klar gesagt worden, das ist eine terroristische oder in der Tendenz terroristische Gruppe und diesen Leuten, denen muss das Handwerk gelegt werden, sondern es ist gesagt worden, naja, so ein bisschen so ein verirrter SEK-Beamter, eigentlich ein treuer Diener des Staates und er ist jetzt quasi straffällig geworden, weil er so ein Waffennarr ist. Also das Wort taucht auch so oft auf, dass dieser Chat und diese Gruppe eine dezidiert völkisch-nationalistische Ausrichtung hatte, wurde vor Gericht in Schwerin überhaupt nicht mehr erwähnt. Das heißt also, auf diese Art und Weise werden die Verfahren auseinandergenommen und es entsteht das Bild, als würde der Staat so peu à peu über die Justiz dieses ganze rechtsterroristische Schlamassel aufarbeiten und eigentlich haben wir alles im Griff so ungefähr und ich würde sagen, davon ist man in diesem Land echt sehr weit entfernt und es ist eine richtig gefährliche Situation, das nicht ernst zu nehmen und immer wieder, jetzt auch wieder davon zu sprechen, dass das Einzeltäter sind und Verwirrte und was wir nicht alles wieder gehört haben. Ich meine, um sieben Uhr früh hat die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion noch gesagt, man wisse ja gar nicht, ob das jetzt ein links- oder ein rechtsextremistischer Anschlag wäre, wo ich mir auch denke, dümmer geht es nicht. Man fragt sich wirklich, wie dieser Sprech kurz nach solchen katastrophalen Verbrechen, Anschlägen, wie sich das so verselbstständigt, dass die Leute immer wieder diesen selben Schwachsinn labern und dann kommt noch der Fokus um die Ecke und spricht von den Shisha-Morden, als hätte es den NSU nie gegeben, als hätte es den Streit um das Wort Döner-Morde nie gegeben. Es ist also wirklich so zum Auswachsen. Man versteht nicht, dass es keine Entwicklung gibt und man versteht vor allen Dingen nicht, warum jetzt nicht ganz konsequent Leute, die in diesen Szenen unterwegs sind, entwaffnet werden. Es sind zu viele schwerbewaffnete, unkalkulierbare, vor allen Dingen Männer in diesem Land unterwegs und es gäbe Möglichkeiten, sehr, sehr viele von diesen Waffen einzukassieren. Und das müsste jetzt passieren, das ist das Minimum. Nun ist die Stunde von Minuten des Gedenkens, wo man sagt, wie schlimm das ist. Nun ist die Stunde, wo man sagt, man muss dagegen was tun. Aus hallescher Perspektive kann man sagen, dass das häufig auch wieder zu einer Form von Verweigerung führt, sich tatsächlich aktiv gegen Rassismus zu engagieren, wenn die Aufmerksamkeit weg ist, wenn die Kameras abgezogen sind. Du bist jemand, der mit dem NSU sehr viel zu tun hatte, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie viele Sitzungen du beim Prozess vor Ort warst und auch für uns Bericht erstattet hast und da auch viel zu tun hattest mit den Hinterbliebenen, in dem Fall des NSU, des sogenannten NSU. Kannst du dir vorstellen, welche Auswirkungen so ein, nimm was, Anschlag, auch auf Menschen mit Migrationshintergrund, auf migrantische Gemeinschaften hat und haben wird? Mit Sicherheit sind Menschen, die Einwanderer-Communities und anderen Minderheiten in diesem Land angehören, Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen, Fraueninitiativen, also das Thema Frauen, Männlichkeitswahn spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Diese ganzen verletzlichen oder verletzbaren Gruppen, die stehen in Schockstarre. Da bin ich mir ziemlich sicher, man kann sich keine Vorstellung machen, was in Hanau gerade los ist, in den Familien der Ermordeten, lauter junge Leute, ich habe gehört, sehr viele kurdischstämmige Leute, die da aus dem Leben gerissen wurden von diesen Menschen. Denn dieses Trauma, dieser Schock, dieser Wahnsinn, den die da gerade durchleben müssen, das ist unvorstellbar. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf deine Frage auch kommend, was erleben oder was haben NSU-Betroffene, Betroffene von den NSU-Morden und auch von den Bombenanschlägen erlebt? Die haben in vielfacher Weise und mehrfach hintereinander die Hölle durchlebt. Und zwar, sie haben einfach traumatische Erlebnisse aneinandergereiht. Wir erinnern uns, erst sind ihre Angehörigen ermordet worden, dann sind sie selbst unter Verdacht gestellt worden. Viele haben das den zweiten Anschlag genannt. Dann jahrelang stand die Frage im Raum oder der Verdacht im Raum, sie wären selber in den Tod ihres Verwandten verwickelt oder auch in die Bombenanschläge verwickelt gewesen. Und dann kam, flog der NSU auf, endlich war so eine Art von Klarheit und das Fenster für irgendeine gerechte Aufarbeitung oder irgend so etwas Ähnliches vorhanden. Dann kam die gigantische Enttäuschung des Prozesses, ein Prozess, der auf die Ansprüche und Forderungen der Betroffenen, der Geschädigten, überhaupt nicht, in keiner Weise eingegangen ist und mit einem wirklich peinlichen Urteil, einem unwürdigen Urteil geendet hat. Teilweise mussten die Betroffenen als Zeugen, als Opferzeugen und Zeuginnen aussagen. Auch das sind traumatische Erlebnisse. Dann kam die Backpfeife des Urteils und danach ging es gleich bunter weiter. Wir müssen uns ja erinnern, einen Monat nach der Urteilsverkündung am 11. Juli 2018 gingen diese Drohungen los gegen zum Beispiel Seda Bashar Yildiz, die eine Nebenklagevertreterin, die Drohfaxe bekommen hat, die aus Polizeikreisen quasi ihre privaten Kontakte angeschrieben beziehungsweise angefaxt haben. Und so geht das in einer Tour. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Menschen, die zu diesen Communities gehören, zur türkischen Community, zur kurdischen Community in Deutschland gehören, dass die heute alle die Ohren entsetzt anlegen und sich sagen, können wir hier sicher leben, werden wir hier geschützt, werden wir gesehen in unserer Verletzbarkeit als Community, als markierte Menschen. Und insofern gibt es sehr, sehr viel für uns zu tun an Solidaritätsarbeit, eine Solidaritätsarbeit, die meines Erachtens auch nicht mehr nur in den wohlfeilen Demonstrationen und Ansprachen es sein, bewenden haben darf. Das ist alles total wichtig, das müssen wir auch machen. Aber wir müssen einen politischen Druck entfalten, der definitiv zu Konsequenzen führt. Und das ist Erste und Wichtigste, ich habe es schon genannt, was passieren muss, es muss eine riesige Entwaffnungswelle losgehen. Es müssen Waffen bei diesen Leuten, die definitiv in keiner Weise zuverlässig sind, müssen beschlagnahmt werden. Das ist das Minimum. Und dann muss politisch gegen den gesellschaftlichen Rassismus vorgegangen werden. Und das ist alles unsere Aufgabe. Und das ist alles unsere Aufgabe.